Was ist Maria Flachsbad? Maria Flachsbad ist eine der fleißigsten, aber auch kompetentesten Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die ich in dieser Legislatur kennengelernt habe. Sie ist tief drin in der Materie, Umweltpolitik, die sie vertritt. Aber sie ist auch eine ganz zuverlässige und leidenschaftliche Unterstützerin in der Familienpolitik. Sie ist mit im Ausschuss und ich weiß, dass ich mich immer auf sie verlassen kann, dass sie immer bei den Themen ganz aktuell an vorderster Front mit dafür sich einsetzt, dass gerade das Thema Familienbewusstsein in der Gesellschaft, familienfreundliche Lebensbedingungen durchgesetzt wird. Ich wünsche Maria Flachsbad jetzt für die nächste Legislatur genauso viel Schwung, genauso viel Fachengagement, wie sie es in der vergangenen Legislatur gezeigt hat. Ich bin mir wirklich gut und sicher, dass sie das mit großer Leidenschaft vollantreiben wird. Vielen Dank!